Musik In diesen Tagen, meine Damen und Herren, reden wieder alle über das Recht auf Vergessen und verbinden damit vor allen Dingen zwei neue Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom 6. November 2019. Wir haben diese beiden Entscheidungen in einem eigenen Video besprochen. Hier an dieser Stelle wollen wir jetzt über das Original sprechen, über die Erfindung des Rechts auf Vergessen. Die liegt nämlich schon ein paar Jahre zurück und erfolgte beim Gerichtshof der Europäischen Union in einer Entscheidung aus dem Jahr 2014 mit dem Namen Google Spain. Der Sachverhalt dieser Entscheidung ist schnell erzählt. Die spanische Datenschutzagentur, also eine Behörde, hatte Google angewiesen, die personenbezogenen Daten eines Herrn González aus seinem Index zu entfernen und den Zugang zu diesen Daten in Zukunft zu verhindern. Es ging dabei um einen von Google bei der Eingabe des Namens von Herrn González gelisteten Links zu Seiten eines Online-Archivs einer Tageszeitung. Und in diesem Archiv waren Artikel eingestellt, die etwa 16 Jahre alt waren, die sich unter Nennung des vollen Namens mit einer Versteigerung eines Grundstücks auseinandersetzen. Also es ging um Forderungen aus der Sozialversicherung, die Herr González offensichtlich nicht gezahlt hatte. In der realen Welt war die Sache längst ausgestanden, aber das Internet hatte, das ist ja seine hervorragende Eigenschaft, hatte eben nichts vergessen. Und Herrn González war die Sache unangenehm. Und er wandte sich an die spanische Datenschutzbehörde. Die Behörde hat Google verpflichtet zu löschen. Google hat dagegen Klage erhoben. Und das spanische Gericht, das mit der Sache befasst war, legte nun dem Europäischen Gerichtshof mehrere Fragen im Wege eines Vorabentscheidungsverfahrens nach Artikel 267 AEUV vor. Es wollte wissen, wie die europäische Datenschutzrichtlinie richtig auszulegen ist. Die europäische Datenschutzrichtlinie, das war die Richtlinie, die der heutigen EU-Datenschutzgrundverordnung vorausging. Sie wurde 1995 erlassen. Das spanische Gericht wollte vom EuGH vereinfacht gesagt wissen, ob die nationalen Datenschutzbehörden nach der Datenschutzrichtlinie zu ermächtigen und zu verpflichten sind, Suchmaschinenbetreiber dazu zu verpflichten, personenbezogene Informationen auf Verlangen des Betroffenen bei der Anzeige von Suchergebnissen zu unterdrücken. Und zwar auch dann, wenn die personenbezogenen Informationen zutreffend sind, auf den Internetseiten selbst als solchen also rechtmäßig veröffentlicht wurden und dort auch weiterhin verfügbar bleiben. Genau das war die Konstellation des Herrn González, dessen Geschichte weiterhin über ein Online-Archiv einer Tageszeitung eben abrufbar war. Die Geschichte war auch wahr. Ihr einziges Problem war sozusagen, dass sie schon einige Jahre alt war und mit Hilfe von Google einfach so ohne besonderen Anlass, ohne besondere Vorkenntnisse, ohne besonderes System gefunden werden kann. Der EuGH hob in seiner Entscheidung die besondere Bedeutung hervor, die die Tätigkeit von Suchmaschinen für die weltweite Verbreitung personenbezogener Daten hat. In dieser Hinsicht war das Urteil des EuGH also eine echte juristische Pionierleistung. Personenbezogene Daten, so sagt der EuGH, werden mithilfe der Suchmaschinen jedermann zugänglich gemacht, der einfach nur den Namen kennt, der also googeln kann und der auf diese Weise Informationen findet, die er in der analogen Welt niemals gefunden hätte. Und deshalb, so sagt der EuGH, ist die Tätigkeit des Suchmaschinenbetreibers auch durchaus eine zusätzliche Grundrechtsgefährdung. Eine Grundrechtsgefährdung, die zu dem hinzutritt, was ohnehin schon passiert in dem Moment, in dem jemand eine Internetseite herausgibt und da einen Artikel einstellt, in dem etwas über eine Person zu lesen ist. Der Suchmaschinenbetreiber gibt dem Ganzen eine neue Qualität. Die betroffenen Grundrechte sind hier Artikel 7 und Artikel 8 der Grundrechtecharta. Das eine Grundrecht ist das Grundrecht auf den Schutz der Privatsphäre und das andere Grundrecht, Artikel 8, ist das spezielle Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten. Der Europäische Gerichtshof zitiert beide Grundrechte immer gerne zusammen, nimmt eine Wirkungseinheit an, um den Datenschutz grundrechtlich zu verankern. Ob das richtig ist oder nicht, darüber könnte man also nun einen eigenen Vortrag halten, das machen wir an dieser Stelle nicht. Sie können sich merken, Artikel 7 in Verbindung mit Artikel 8, das ist nach Ansicht des Gerichtshofs das Europäische Datenschutzgrundrecht. Der Gerichtshof sagt nun, dass die Aufnahme eines Treffers in die Ergebnisliste der Suchmaschine ein stärkerer Eingriff in das Grundrecht auf Achtung des Privatlebens der betroffenen Person darstellen kann, als die Veröffentlichung durch den Herausgeber der Internetseite, hier also durch die Tageszeitung. Und nun stand der Gerichtshof vor der Schwierigkeit, dass die Datenschutzrichtlinie einen Löschungsanspruch enthielt, der aber seinem Wortlaut nach nicht so ohne weiteres einschlägig war. Nach der Bestimmung der Datenschutzrichtlinie sind Daten dann zu löschen, wenn ihre Verarbeitung nicht den Bestimmungen der Richtlinie entspricht. Insbesondere dann, wenn personenbezogene Daten unvollständig oder unrichtig verarbeitet wurden. Und der Gerichtshof sagt nun, nicht den Bestimmungen der Richtlinie entspricht eine Verarbeitung, insbesondere dann, wenn kein Erlaubnistatbestand vorliegt. Sie müssen wissen, dass im europäischen Datenschutzrecht, ebenso wie auch im früheren nationalen deutschen Datenschutzrecht, das Verbotsprinzip gilt. Das heißt, die Verarbeitung personenbezogener Daten ist grundsätzlich verboten, es sei denn, sie wird durch einen Erlaubnistatbestand erlaubt. Da ist insbesondere zu denken an die Einwilligung des Betroffenen ein sehr wichtiger Erlaubnistatbestand. Aber der Suchmaschinenbetreiber kann sich auf eine solche Einwilligung ja erkennbar nicht stützen. Google fragt nicht vorher, bevor es sozusagen auf die Internetseiten crawlt und sich dort personenbezogene Informationen heraussucht. Als Erlaubnistatbestand für Google und für andere Suchmaschinenbetreiber kommt im Wesentlichen nur Artikel 7 Buchstabe F der Datenschutzrichtlinie in Betracht. Das ist die Bestimmung, die heute in Artikel 6 Absatz 1 unter Absatz 1 Buchstabe F der Datenschutzgrundverordnung steht. Es handelt sich um die zentrale Interessenabwägungsklausel der Datenschutzgrundverordnung, die vor allen Dingen im Zivilrecht eine enorme Bedeutung erlangt hat. Deshalb die heute geltende Regelung im Wortlaut. Nach dieser Regelung ist also eine Verarbeitung dann rechtmäßig, wenn sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten, das ist neu in der Datenschutzgrundverordnung, erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Dieses Überwiegen wird insbesondere dann angenommen, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Wie ich schon sagte, zentrale Interessenabwägungsklausel der Datenschutzgrundverordnung und das Problem ist, anders als im früheren Bundesdatenschutzgesetz, im deutschen Recht, gibt es kaum Konkretisierungen dieser Abwägungsidee in der Datenschutzgrundverordnung durch speziellere Vorschriften. Das europäische Recht bleibt bei der zentralen Abwägungsklausel stehen, lässt den Rechtsanwender im Grunde genommen damit alleine. Niemand weiß so richtig, was da genau zu tun ist in dieser Abwägung. Und deshalb sind die Grundrechte als Leitplanken des Rechts, gewissermaßen als Orientierungspunkte der Rechtsanwendung an dieser Stelle so besonders wichtig. Der Europäische Gerichtshof sagt, auch wenn die Verarbeitung früher einmal von der Abwägungsklausel gedeckt war, wie das im Fall von Herrn González unstreitig der Fall war, wird sie dennoch rechtswidrig, wenn die Abwägung heute infolge Zeitablauf zu einem anderen Ergebnis kommt. Und nun nimmt sich der EuGH diese Interessenabwägungsklausel vor, lässt die Grundrechte der Grundrechtecharta in die Auslegung und Anwendung des Rechts einfließen und kommt zu dem Ergebnis, dass ein Betroffener gegen einen Suchmaschinenbetreiber dann ein Recht auf Vergessenwerden hat, wenn seine grundrechtlich geschützten Interessen, die rechtlich geschützten Interessen des Suchmaschinenbetreibers und der am Zugang zu den Informationen interessierten Internetnutzer jedenfalls heute überwiegen. Die Abwägungsklausel wird, wenn Sie so wollen, vergrundrechtlicht, wird auf die Ebene der Grundrechtecharta hochgezogen. Und der EuGH betont sehr stark, dass auf der Seite des Betroffenen dabei eben das Datenschutzgrundrecht steht, Artikel 7 in Verbindung mit Artikel 8 der Grundrechtecharta. Und der EuGH sagt, dass angesichts der besonderen Schwere, des durch die Suchmaschinen Ergebnisse bewirkten Eingriffs in dieses Kombinationsgrundrecht und auch angesichts der besonders hervorragenden Bedeutung der Rolle der Suchmaschinen und des Internets in der modernen Gesellschaft ein ganz starkes Schutzinteresse besteht. Also der EuGH sagt nicht etwa, weil Google, weil die Digitalisierung im Allgemeinen der Gesellschaft einen erheblichen Fortschritt bringt, müssen wir auch die Interessen an den Suchmaschinen sehr stark gewichten, sondern umgekehrt, sagt der EuGH, hier entsteht ein starkes Schutzinteresse und allein die wirtschaftlichen Interessen der Suchmaschinenbetreiber rechtfertigen die Datenverarbeitung durch Google, durch das Auffinden der fremden Internetseiten, durch die Wiedergabe der Ergebnisse nicht. Der EuGH sagt, dass die durch Artikel 7 und Artikel 8 geschützten Rechte der betroffenen Personen im Allgemeinen gegenüber dem Interesse auch der Internetnutzer überwiegen. Es wird also eine Art Vermutungsregelung aufgestellt. Das Recht auf Vergessen setzt sich grundsätzlich durch und nur in besonders gelagerten Fällen, so sagt es der EuGH, kann es Ausnahmen geben. Da muss man sich dann genau anschauen, um was für Informationen geht es hier eigentlich, wie sensibel sind sie für das Privatleben der betroffenen Personen, sind sie vielleicht nicht so sensibel, gibt es ein starkes Interesse der Öffentlichkeit an dem Zugang zur Information, etwa weil es sich um eine Person handelt, die in besonderer Weise und freiwillig im Licht der Öffentlichkeit steht und so weiter und so weiter und so weiter. Der EuGH nennt auch ausdrücklich die Interessen der Internetnutzer an den Informationen, zitiert hier aber die einschlägigen Grundrechte der Grundrechtecharta, etwa der Artikel 11 Grundrechtecharta wäre hier zu nennen, nennt diese Grundrechte nicht, nennt auch nicht die Grundrechte von Google oder die Grundrechte derjenigen, die die Informationen in das Internet einstellen. Der EuGH kommt zu dem Ergebnis also, dass nach der Datenschutzrichtlinie der Betroffene das Recht haben muss, das Vergessenwerden unmittelbar beim Suchmaschinenbetreiber zu beantragen und der hat dann, so der EuGH, sorgfältig die Begründetheit dieses Antrags zu prüfen und die Verarbeitung der personenbezogenen Daten gegebenenfalls zu beenden. Bleibt der Antrag erfolglos, kann sich der Betroffene an die zuständigen Behörden oder Gerichte wenden. Fazit Die Entscheidung des EuGH ist ein Paradefall für eine grundrechtskonforme Auslegung des in EU-Sekundärrechts anhand der 2009 in Kraft getretenen Grundrechtecharta. Sie zeigt, wie wichtig die Grundrechte überall dort werden, wo das einfache Recht mit Abwägungsklauseln Entscheidungen auf den Rechtsanwender verlagert. Und die Entscheidung ist auch ein Beleg dafür, wie sich der EuGH allmählich zu einem Grundrechtegericht entwickelt. Er hat sowohl in Google Spain als auch beispielsweise in der Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung gezeigt, dass er dabei gewillt ist, die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen sehr stark zur Geltung zu bringen. Und zwar nicht nur gegenüber den Mitgliedstaaten, sondern auch gegenüber der EU selbst. Das ist eine starke Entwicklung. Allerdings auch mit dem ein oder anderen Schönheitsfehler. Einer dieser Fehler ist, dass der EuGH in seiner Entscheidung Google Spain die Unterscheidung zwischen unmittelbarer und mittelbarer Drittwirkung der Grundrechte, man muss sagen, einebnet. Ausdrücklich bezeichnet er die Datenverarbeitung durch Google als einen Grundrechtseingriff. Google ist aber selbst Grundrechtsträger und nach Artikel 52 Grundrechte-Charta selbst nicht an die Grundrechte gebunden. Folge also nach herkömmlicher Ansicht, hier liegt kein Grundrechtseingriff vor, sondern allenfalls eine Beeinträchtigung grundrechtlich geschützter Interessen durch einen anderen privaten. Die zweite kritikwürdige Tendenz des Urteils ist, dass der EuGH die Rechtsposition von Google, die Rechtsposition von Medienunternehmen und auch die Interessen der Internetnutzer von vornherein recht wenig ernst nimmt. Mit Blick auf Google spricht er nur von wirtschaftlichen Interessen und verzichtet ganz darauf, auch die grundrechtliche Relevanz dieser wirtschaftlichen Interessen aufzuzeigen. Immerhin ist ja ein hoheitlich durchgesetzter Löschungsanspruch auch als Eingriff in das Grundrecht auf unternehmerische Freiheit Artikel 16 Grundrechte-Charta zu thematisieren. Und man hätte zumindest auch darüber diskutieren müssen, ob sich Google nicht auch auf die Meinungsfreiheit berufen kann, ob also die Wiedergabe von Suchmaschinen-Ergebnissen als Meinungsäußerung zu werten ist. Das Bundesverfassungsgericht hat übrigens in seinen beiden neuen Entscheidungen genau das verneint. Aber ganz sicher hat die Meinungsfreiheit und hat die Medienfreiheit natürlich etwa die Tageszeitung im Fall von Herrn González auf seiner Seite und auch etwa in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, der die Spiegel GmbH, die Spiegel Online anbietet. Ein weiterer kleiner Fehler, den man aber nicht dem EuGH anlasten kann, sondern allenfalls den Herren der Verträge ist, dass diese rigiden grundrechtlichen Datenschutzpositionen nicht im Wege einer Verfassungsbeschwerde zum EuGH durchsetzbar sind. Also wie Google Spain zeigt, muss der Bürger darauf hoffen, dass das von ihm angerufene nationale Gericht im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens den EuGH um Auskunft bittet und dass dann das jeweils zuständige nationale Gericht in europäischen Grundrechten auch zur Geltung verhilft. Der juristische Innovationsgehalt des Urteils ist durchaus umstritten. Ich sagte es schon, ein Löschungsanspruch aus Datenschutzrecht, das gab es im Grunde genommen schon immer. Wirklich neu ist nur die hohe Gewichtung der Grundrechte aus Artikel 7 und 8, die der EuGH hier vornimmt. Und genau diese hohe Gewichtung ist es, die das Bundesverfassungsgericht mit seinen beiden neuen Entscheidungen Recht auf Vergessen 1, Recht auf Vergessen 2 sozusagen in den Blick nimmt. Und ich habe hier ja von einer Relationierung des Datenschutzrechts gesprochen. Schauen Sie sich dazu gerne das andere Video an. Dessen unbeschadet die praktischen Konsequenzen des EuGH-Urteils waren enorm. Weltweit wurden zwischen 2014 und Juli 2019 nach also dem Inkrafttreten des Urteils 2,8 Millionen Löschungsanträge bei Google gestellt. Betreffend schwerwiegende Vorstrafen, sexuelle Orientierungen, sexuellen Missbrauch, Korruption, peinliche Fotos, Fälle von Cybermobbing und Beschimpfungen, negative Berichterstattungen in der Presse und auch viele ganz harmlose Dinge. Von diesen Löschungsanträgen waren 1,2 Millionen erfolgreich, was einer Quote von 43% entspricht. Auf Deutschland entfielen in diesem Zeitraum 460.000 Löschungsanträge mit einer Erfolgsquote von 50%. Alle diese Zahlen entsprechen Angaben von Google selbst. Es gibt sogar spezialisierte Dienstleister, die ihren Kunden versprechen, sich um ihre digitale Vergangenheit zu kümmern, gewissermaßen im Netz mal so richtig aufzuräumen und gegebenenfalls Löschungsansprüche bei Google effektiv durchzusetzen. Der europäische Gesetzgeber fand das Recht auf Vergessenwerden so attraktiv, dass er es inzwischen in Artikel 17 der neuen Datenschutzgrundverordnung ausdrücklich normiert hat. Die Rigidität, mit der das Datenschutzrecht auf der europäischen Ebene durchgesetzt wird, birgt allerdings auch Gefahren für die Freiheit des Denkens, Sprechens, Schreibens und Handelns und bedroht gesellschaftliche Institute wie die freien Medien. Eine Welt wie unsere lebt auch von einem freien Journalismus, der sich nicht um datenschutzrechtliche Konsequenzen zu sehr sorgen muss. Bisher hatte die Kritik am Datenschutzrecht gleichwohl auch in der Wissenschaft einen vergleichsweise schweren Stand. Die beiden neuen Entscheidungen aus Karlsruhe Recht auf Vergessen eins und zwei zeigen jetzt, dass das Bundesverfassungsgericht diese Kritik in ihrem Grundsatz teilt. Es handelt sich nicht um eine Fundamentalkritik am Datenschutzrecht, aber um eine Kritik an der einseitigen Betrachtung des Datenschutzrechts, an einer Verabsolutierung der durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung geschützten Interessen. Es gilt immer auch noch andere Gesichtspunkte zu berücksichtigen, bevor man ein Recht auf Vergessen annimmt. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts können insoweit als Weiterentwicklungen zu dem eben vorgestellten Urteil des Europäischen Gerichtshofs verstanden werden und man wird sehen, ob nun der Europäische Gerichtshof auch in diese Richtung seine Judikatur weiter entwickeln wird. Untertitelung des ZDFache